Zum ersten Thema, Mind Control. Mind Control? Was ist denn das? Wieder so ein neuer Stern am Himmel. So ein neuer Begriff, der irgendwie plötzlich im Horizont, im Firmament des Weltenmeeres eben auftaucht. So ähnlich wie New Age seinerzeit. Kein Mensch wusste, was das ist. Plötzlich sprach alles von New Age. Oder von Came Trails oder Klonen. Wir haben so viele Begriffe hinter uns, die irgendwann neu auftraten. Was ist nun wieder? Mind Control. Wieder was Neues. Erstaunlich bei Mind Control ist, dass es schon weltweit ganz grosse Dinge gibt, von denen wir keine Ahnung haben. USA, Japan, Europa. Mit wenigen Ausnahmen geschieht Mind Control. Es geschehen Dinge im Zusammenhang mit Mind Control, die so gewaltig sind, dass wir eigentlich genauestens darüber Bescheid wissen müssen. Aber wir wissen nichts. Nur ein Beispiel. In den USA sind Patente erlassen worden, die erlauben, via Mind Control, Kontrolle über die Menschheit auszuüben, die buchstäblich die ganze Menschheit betrifft. Solche Patente existieren und du sitzt hier und hast noch nicht mal eine Ahnung, was Mind Control ist. Warum das? Es gibt eine einzige Antwort, es ist fast eine Pauschalantwort, die wir hier immer wieder bringen. Weil die Medien es verschweigen. Dinge, die das ganze Volk betreffen, die die ganze Weltbevölkerung betreffen. Dinge, die uns bedrohen. Wir haben in der Einladung geschrieben, unsere Gedanken sind nicht ganz so frei, wie wir immer dachten. Zunehmend werden wir gezielt manipuliert, gesteuert und für gefährliche Zwecke missbraucht. Die Frage, die wir an der AZK stellen, die wir beantwortet haben möchten, die auch Frau Dr. Raunig-Hilde uns beantworten wird, ich darf Sie nach oben bitten, ist, für welche Zwecke, für wen werden wir missbraucht? Wer macht denn da was? Was ist denn eigentlich Mind Control? Ich möchte zu Frau Dr. Raunig-Hilde aus Finnland einige Daten sagen, währenddem sie hochkommt. Sie wird uns darüber aufklären, was die Medien versäumt haben. 1939 geboren in Finnland, die Frau eines norwegischen Diplomaten. 1967 Doktortitel in der Turku-Universität in Finnland. Sie hat drei medizinische Fachgebiete studiert, also durchwegs wieder niemand, den man inkompetent schimpfen könnte. Sie ist in Finnland ausgebildet worden in allgemeiner Praxis, in Stockholm, in tropischer Medizin, in Schweden, in Sozialmedizin. Sie war Chefärztin in diversen Krankenhäusern und Ländern, unter anderem im Roten Kreuz gearbeitet. Sie hat in Finnland, Indonesien, Malaysia, Pakistan gearbeitet. Über zwölf Jahre war sie medizinische Chefbeamtin von Lapland. Das würde man im übertragenen Sinn bei uns Gesundheitsministerin nennen, also Chefbeamtin von Lapland, medizinische. Dann ist sie mit vierfachen Präsidententiteln ausgezeichnet, einem Vizepräsidententitel, nur unter anderem in der Krankenpflegeakademie von Lapland oder Vizepräsidentin von Nahbegegnungstherapie in USA. Man könnte über die Frau hier schon eine Stunde nur Einführung machen. Dr. Raunik Hilde, was ist Mind Control? Ich gebe Ihnen das Wort. Liebe Freunde, dear friends, Was ist das größte Geheimnis in der Welt? Hast du jemals darüber nachgedacht? Es ist einfach ein menschliches Wesen, auf diesem Planeten Erde zu sein. Was ist denn ein menschliches Wesen? Viele von uns, sogar Doktoren, vergessen das. Dass unser Leib zu 70% aus Wasser besteht. Und unser Hirn 87% Wasser. So, was hält uns denn zusammen? Energie. Nach Einstein verschwindet Energie niemals, es endet nur ihre Form. Alles in der Welt ist Energie, ist Kraft. Dieser Tisch hier, wir selbst. Alles besteht aus Vibration, Energie, aus Schwingungen. Und was ist jetzt Bewusstseinskontrolle? Bewusstseinskontrolle bedeutet, dass es Gerätschaften gibt, die dein Hirn übernehmen können. Sie können dich böse machen, sie können dich religiösen machen, sie können dich böse machen, sie können dich religiöse machen, sie können dich zur Homosexualität bringen, sie können alles und jedes in dir verändern. Und was sind nun dies für Geräte? Es ist der militär-industrielle Komplex, die diese Geräte entwickelt hat. Already in about 50, 60 Jahren. Und alles schon fertiggestellt in ungefähr die letzten 60 Jahre. Aber offiziell, in einer Konferenz über nicht-tödliche Waffen in Ettlingen bei Karlsruhe, im Mai diesen Jahres, Also eine Amerikanerin sagte, dass das erste Gerät in diese Richtung schon 1801 entwickelt worden war. Ja, allgemein ist jedwede Nachricht in den Medien, die darüber verbreitet wird, mindestens ein halbes Jahrhundert alt. Wenn du über neue Erfindungen oder neue Erfindungen hörst, die in der Wissenschaft, in der Forschung gemacht werden, dann sind sie jedes Mal schon ein halbes Jahrhundert alt. Aber sie werden uns immer als neue Technologie verkauft. Also was ist nun die Absicht dieser Bewusstseinskontrolle, die dein Leib, dein ganzes Sein übernehmen? Es geht darum, dass dein Gedächtnis ausgehebelt wird. Es geht darum, die Menschen in Verruf zu bringen oder zu diskreditieren durch seltsames Verhalten, deine Sexgewohnheit zu ändern und Informationen verschwinden zu lassen. Und was ist das Ziel dahinter? Jedwede einzelne Person, dich und mich, jeder Mann einfach, zu programmieren, jedweden Auftrag durchzuführen, ob es Spionage oder ob es ein Mordanschlag ist, und zwar gegen deinen eigenen Willen, und absolut dein ganzes Verhalten, deine Verhaltens- und Denkmustern zu ändern. The guise of national security is used as an excuse und nationale Sicherheit wird als eine Tarnkappe genommen, als ein Vorwand. And this is an excuse for illegal activities to cover up all the deeds und dieser Vorwand dient, illegale Handlungen durchzuführen um die Meinungsfreiheit, die Meinung der einzelnen Personen zu manipulieren. It's done with electromagnetic fields und dies wird bewerkstelligt durch elektromagnetische Felder. It's also done with various drugs and sprays und es wird auch durch die verschiedenen Arzneimittel und durch Sprays und auch mit psychischer Kriegsführung. Ein Teil der Bewusstseinskontrolle ist, dich 24 Stunden pro Tag und 365 Jahre im Jahr zu überwachen, sowohl in physischer Hinsicht als aber auch mit elektronischen Mitteln. Du kannst bei dir zu Hause gefilmt werden durch die Wände hindurch und sie benutzen dazu meistens deine Nachbarn, die dazu rekrutiert worden sind. Du denkst, ja, der ist doch mein Freund schon über 50 Jahre und doch ist er rekrutiert worden. Aber du kennst nicht ihre Methoden, wie sie das machen, aber ich werde darauf später zurückkommen. Die Projekte, die Bewusstseinskontrolle entwerfen und durchführen, sind unter der CIA und der US-Marine. Schon 1952 hatte die CIA ein Programm um die Zähne und auch das Gehirn von Menschen mit einem Implantat zu versehen, damit sie überwacht werden und kontrolliert werden können. Also die Forschung des Militärs und der Geheimdienste ist immer schon ein halbes Jahrhundert vorher hat es angesetzt und wir kriegen es jetzt erst mit. Wenn du zurückkommst zu der Frage, was ist denn ein Mensch? Da hat es 1995 eine sehr interessante Forschung gegeben, einen Überblick in den Vereinigten Staaten und auch in den europäischen Ländern über psychische Phänomene menschlicher Wesen. In Westeuropa total 32% claimed that they have telepathic contacts beanspruchen oder geben vor, dass sie Gedankenübertragungskontakte schon hatten. 20% claimed clairvoyance und 20% beanspruchen schon ein Déjà-vu gehabt zu haben. And 28% of Europeans claimed to have contact with the energy of the dead. und 28% der Europäer sagen, dass sie schon mit der Kraft des Todes in Berührung gekommen waren. In USA the figures were much higher. 58% sind die Zahlen noch viel höher. 58% Telepathy 58% Telepathie 24% Claveyance 24% Claveyance und 27% Kontakt with the energy of the dead. And a very strange surprising figure came from Iceland. Und eine sehr überraschende und seltsame Zahl haben wir von Island. 41% of Icelanders claim contact with the dead. 41% der Isländer sagen, dass sie mit dem Tod Kontakt haben. Now you can't say that almost half of Icelanders are schizophrenic, can you? Du kannst doch wohl nicht behaupten, dass fast die Hälfte der Isländer schizophren ist. Because that is what Diagnostic Statistical Manual, Psychiatric Bible, claimed until 94. Denn das ist, was im Jahr 1998 das Handbuch für Psychiatrie festhält. Now, when we think of Mind Control Methods, it can because it's military, it's done by Satellites and Shuttles. Es wird durchgeführt durch Satelliten und durch ein Shuttle Betrieb. For instance, the Space Shuttles were tested for Mind Control and Weather Engineering. Also diese Space Shuttles, ich brauche es nicht zu übersetzen, sind schon entworfen worden, um die Bewusstseinskontrolle durchzuführen. Defense News noted die Verteidigungsneuigkeiten sagen, during a checkout of the laser machine, pulses began emanating from discovery at the rate of 10%. Also 10 per second, I'm sorry. Could you please repeat? They were sending from the laser machine, which was in the Space Shuttle, pulses 10 per second down to the Earth. Also 10 mit einer Taktung von 10 Sekunden wurden durch eine Lasermaschine, die in dem Space Shuttle war, Impulse zur Erde gesandt. Und diese 10 Puls Takte pro Sekunde ist genau innerhalb der Frequenz der Gehirnströme des Menschen und das kann bezeichnet werden als Bewusstseins Raussaugung to sap. So motion and behavior can be directed by electronic forces and human beings can be controlled like robots. control The European Parliament has warned of these dangers already in 1999 in January. 1999 hat das Europäische Parlament darüber bereits Warnungen ausgesprochen. Awareness of the existence of mind control technology and its dangers and possible misuse. It seems to be more prevalent in Europe than elsewhere. It seems to be more prevalent in In the European Parliament's resolution on environment security and foreign policy report. in the resolution about environment security and foreign policy and the document includes these articles and these Dokumente are in this resolution in this in paragraph 23 calls on the European Union in paragraph 23 ruft das Parlament der Europäische Union auf to seek to have the new non-lethal weapons technology they are by the way lethal but they're called non-lethal and the development of new armed strategies covered and regulated by international conventions that they überwacht werden durch internationale konventionen und auch durch diese reguliert werden paragraph 27 says calls for an international convention introducing a global ban what a world umspannende verbannung einschließt oder einführt on all developments and deployments of weapons which might enable any form of manipulation of human beings on all developments and all 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 every tool that human beings manipulieren can the united states of course will ignore these resolutions because it does not very often obey international laws paragraph 24 says harp high frequency active auroral research project in alaska es gibt ein projekt in alaska es heißt harp forschungs projekt officially of the university of alaska investigating ionosphere also offiziell erforscht diese universität in alaska die ionosphere but actually it is a project of u.s. navy and air force and there is a global concern for legal ecological and ethical implications in bezug auf eine gesetzlich zur handhabende anwendung und eine ethisch abgesicherte anwendung also in norway many may not know it we have a mini harp that is called globus 2 in vader at the northernmost tip norway 50 kilometers about from the russian border and of course that is also used for mind control just as harpies not just to investigate the ionosphere und was was dort aufgebaut wird ist auch für die durchführung der Bewusstseinskontrolle nicht um die ionosphere zu erforschen mind subliminal many messages are carried on radio frequency broadcasts they can also be used through your telephone lines and electrical lines in your home they use different frequencies for different results for instance 15 hertz is used against the auditory cortex and that is sound which bypasses the ears you don't need ears to hear you need the brain 25 hertz is used against visual cortex images for the brain without your ears eyes I'm sorry without your eyes with 20 hertz you direct it to your thought center and it imposes subconscious thoughts which you think are your own it's very dangerous actually to reveal the information about mind control because that is the biggest secret besides who is the human being because that is the biggest secret besides who is the human being in a psychiatric conference used the word mind control as the title he was rejected then I changed the title and gave it as neuroelectromagnetic telecommunication and cybernetics and cybernetics and cybernetics at the international military medicine conference and it was accepted and it was accepted was accepted isn't that strange it's a play of words you know what words to use you get through and if you use the false word you don't probably this report the year 2000 was the first one in a scientific conference and I got it through only because I knew the military general the military medical general of Finland and he did not know anything about mind control yeah I have also dieses Thema durchgebracht eigentlich nur weil der militär in Finnland also der medizinische militär in Finnland keine Ahnung darüber hatte was es ist objectives of neuro also die ziele electromagnetic telecommunication is behavior modification das das ziel für diese elektromagnetische bearbeitung ist die manipulation and influencing bodily and mental functions und Einflüsse auszuüben auf deine körperlichen und geistigen Funktionen and emotions remotely through satellites und auch auf deine Gefühle und zwar von der Entfernung her durch Satelliten also von Ferne and through data computers und durch die Daten die in den Computern gespeichert sind Astronauts and Cosmonauts were always and are implanted with so that all their body functions feelings dreams and subconscious could be seen on earth so that auf der Erde alle ihre körperlichen Funktionen gesehen werden können aber auch ihre Träume auch ihre Gedanken today the speed of supercomputers as I know it is 180 trillion flops in a second 180 trillion in a second Hunde also die taktung now I'm sure they are much much faster but that has been revealed and what is revealed remember is 50 years old technology Our brain speed is 5.000 bits a second so we are no match to any computer so we have also keine chance mit irgendeinem dieser Computerschritt halten zu können if you think that a couple of years ago in California a supercomputer was asking for human rights to be accepted as a human of course it was much more intelligent than the judges or anybody around but he was rejected but now the latest information was that it's trying again this conscious computer to ask for human rights in Florida when you think of our future and our children this technology has to be stopped somehow this technology must in any way to halt gebracht to be otherwise the next generation is 100% biological robots listening to the orders from the computers we've been very surprised to see reports all over the world about the school shootings and shootings at shopping centers because they are done for young men with mind control and they are using technology so called delta programming to kill himself after their killings now who is behind this evilness in etlinger in the non-lethal weapons conference an american colonel gave a report and said who are they because we say they do this they kill they are surveying who are they he showed it like this in the middle was new world order in the middle the new world order on this side was the star of david with illuminati sign on the other side was cia fbi and british intelligence services they are them and maybe you can say that they've always been there and always will if nobody stops them and you can say they were there and they will stop them if not stop now the FBI former director who was director in FBI for 50 years said the individual is handicapped by coming face to face with conspiracy so monstrous he cannot believe it exists and in 1913 already 1913 said some of the biggest men in the US in the field of commerce and and manufacturing and are afraid of something and manufacturing are afraid of something Sie wissen, dass es irgendwo eine Macht gibt, die so organisiert ist, die so geheim ist, so hinter den Kulusten und so wachsam. Und die sind so eingebunden in dieses Ding dahinter, dass sie selbst den Atem fürchten, den sie haben, wenn sie die Dinge aussprechen. Die elektronischen Waffen gegen das Bewusstsein sind schlimmer als Atombomben. Denn du kannst sie nicht sehen, du kannst sie fühlen in deinem Leib, du kannst aber nicht nachweisen, dass sie existieren. Denn sie benutzen, sie kommen ohne Geräusch durch die Wände. Sie benutzen auch Hypnose, die Stillschweigen geschieht und plötzlich denkst du etwas. Und du bist dir gar nicht bewusst dessen, dass dieser Gedanke in dich hinein geflößt wurde. Alle Regierungen in der westlichen Welt leugnen die Existenz dieser Dinge. Aber wie zum Beispiel Krankheiten wie Krebs, Alzheimer's, und just about any other disease, especially brain tumors, especially strokes, heart attacks. Alle anderen Krankheiten, besonders die mit dem Gehirn zu tun haben und mit Herzattacken. Man sagt, dass in Norwegen jede dreißigste Person an Krebs sterben wird. In Oslo sind es bereits hunderte von Menschen unter 30, die jetzt schon Alzheimer haben. Das kommt natürlich von dem Gebrauch der Handys, aber du kannst es nicht nachweisen. Eine gewisse Art von Beweis gibt es vielleicht doch, ein Freund von mir. Der hatte eine erfolgreiche Gehirntumoroperation hinter sich. Also es war eigentlich eine Frau, im Norwegischen unterscheiden wir hier nicht, es ist immer Hen, aber es ist eine Frau gewesen. Wir sind schon so weit fortgeschritten dort. Sie hatten einen acht Jahre alten Jungen, dem der Vater ein Handy schenkte als Weihnachtsgeschenk. Ich sagte, bist du verrückt? Deine Frau hatte gerade eine Hirntumoroperation und du gibst so ein Ding deinem Kind? Und der Junge hat zugehört, was ich sagte, und jetzt hör zu, was er sagte. Er sagte, es gibt nur einen einzigen Jungen in meiner Klasse, der kein Handy hat. Und er ist der Sohn eines... Er ist der Sohn des Direktors von Nokia. Das ist jetzt nun kein wissenschaftlicher Beweis, aber für mich ist es immerhin doch ein sehr starker Beweis. Also, wenn wir darüber nachdenken, was ein Mensch ist. Wir unterscheiden uns nicht sehr von Amerikanern, Russen oder Chinesen. Und deshalb sind die sichersten Standards for popular exposure are very different in different countries. What kind of exposure? Safety standards. Ja, die Sicherheitsstandards in Eastern Bloc countries and in the Soviet Union in den Ostblockstaaten und in der Sowjetunion der ehemaligen gab es nur zehn Also, pro Quadratzentimeter gab es nur zehn Mikrowellenbelastungen. In Australien sind es bereits 200 In Großbritannien und USA ist diese Quadratmeterbelastung mit Mikrowellen zehntausend. Nun, warum ist das so? Du kannst die Antwort dir geben, indem du fragst, wer ist in den USA. und in Großbritannien dahinter National Security Agency in the USA Die nationalen Sicherheitsbehörden in den USA Through its Ecolon satellites Durch ihre Ecolon Ecolon, it's the name Ah, durch diese Ecolon, so ist der Name, Satelliten They can harass people, writers and whistleblowers especially through the satellites Sie können Menschen drangsalieren und schikanieren durch Pfeiftöne Also mittels der Satelliten mit Pfeiftönen With what else? Worldwide Weltweit They can spot you anywhere They know exactly that I'm here Sie können dich festmachen an jedem Ort Sie wissen jetzt zum Beispiel genau, dass ich hier bin Sie hören jedes Wort, das ich sage Und wenn sie wollen, können sie jetzt gerade einen Strahl schicken Und ich bin knocked out oder sogar tot They have killed some of my friends who knew too much, as I do Einige meiner Freunde, die zu viel wussten, so wie ich auch, sind schon getötet worden They killed both my parents, trying to shut me up Und sie haben beide meine Eltern getötet und sie versuchten, mich abzuschießen But I told my mother when she asked, Ronnie, stop, please Aber ich sagte meiner Mutter, als sie sagte, Ronnie, hör auf damit, bitte If I stop, they won't And I feel it's my mission to get as much information as I can Wenn ich aufhöre, Sie machen immer weiter Und deshalb ist es mein Auftrag, hier zu stehen Aber es ist nicht einfach Mein Haus ist schon mindestens 300 Mal ausgeraubt worden Und die Polizei macht nichts dagegen Denn sie arbeitete mit Ich bin schon bewusstlos geschlagen worden Und bin dann zum Krankenhaus gekommen Ich bin vergiftet worden durch die Lüftungsschächte, die in meinem eigenen Haus sind Und ich bin unter Überwachung 24 Stunden und 365 Tage Aber etwas, das sie nicht wissen I went to the police chief When they started harassing me over 10 years ago Ich bin zum Polizeihauptmann gegangen Zum Boss Als ich vor 10 Jahren lang immer drangsaliert wurde Sagte ich, ich komme von Finnland And 200.000 Russen in Winter War could not take 4.000.000 Finns This is my Winter War Und 200.000 Russen konnten 5.000 Finnen nicht überwinden In dem Winterkrieg 1940 Das ist mein Finnland So the police chief said When I said I'm not afraid of you Well, that's very good Because Because The thing is When you know When du weißt That there is no death You can't be afraid of anything You can't be afraid of anything Then kannst du von nichts Angst haben Because 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 again it comes to the question What is a human being I came to this path Through parapsychology Ufology And now mind control Like steps up And I started experimenting When I was reading American literature Already in the 50s Which was very little in Finland Und ich fing an Versuche zu machen Als ich Amerikanische Wissenschaftliche Zeitungen Darüber studierte That a person Actually any Any person Any of us That Eine Person Eigentlich jeder von uns Can Release His or her Energy body Away from the body The physical Kann seine körperliche Kraft Die auf ihm ist Von seinem Leib Wegsenden So According to What I had read So Nach dem Was ich gelesen hatte At that time I was chief medical officer Of Lapland In dieser Zeit War ich der Praktische Gesundheitsminister Von Lapland And I lay in my bed Naked With my knees up Like this Mit meinen Knien gebeugt Also hochgezogen Knie hochgezogen And I started Concentrating On my energy And I fing an Mich zu konzentrieren Auf meine Energie Trying to release it From the body And versuchte sie Von dem Leib Zu lösen And all of a sudden I started vibrating And ganz plötzlich Ich fing an zu zittern Like there would be Radio waves Coming from my feet Towards my brain So wie wenn Radiowellen Von meinen Füßen Richtung meines Kopfes Gekommen wären And all of a sudden There was a blackout Und ganz plötzlich Gab es ein blackout And an exact copy Und eine exakte Kopie Looking like skim milk Was hovering Above my physical Also having knees Ja das sah aus Wie geseite Milch Und das Bild War über meinem Kopf Und sah genauso aus Wie ich da jetzt Auf dem Bett lag Mit den Knien So mit dem Eck Nach oben So fing ich also an Von oben her Meinen physischen Leib Zu betrachten I saw that he was Breathing Very very slowly Und ich sah Dass er sehr Langsam atmete I worked also As an anesthetist So I can count Sixty seconds Without a clock Also ich habe auch Als Anästhesist Gearbeitet Und konnte dann Zählen Sechzig Sekunden Durchzählen Bis es So I started counting My body was breathing Ten times A minute and twenty Is normal Also fing ich an Zu zählen Und dann fing Mein Leib an Zwanzig Dann zehn Sekunden Pro Sekunde Zu atmen Und dann habe ich Den astralleib Sozusagen Wieder runter geholt Und mit der Hand Meines astralleibes Habe ich Meinem anderen Leib Die Hand Den Puls gefühlt Und das war 32 Minuten Es sollte 60 Und das war 32 Sekunden Pro Minute Obwohl es 60 sein sollte So I got scared And I thought Like men in the war They ask for their mother So I said Oh mother help me So also ich Mother help me I just said In my thoughts Aha In meinen Gedanken Sagte ich Mutter hilf mir But the thoughts But the thoughts were In the energy body Not in the physical The physical was Like a corpse Aber das war Von dem astralleib Der physische Leib War wie eine Leiche And when I had said Mother help me And as ich sagte Mutter hilf mir I was about 800 km south In Helsinki Capital of Lapland War ich War ich Plötzlich Ungefähr 800 km südlich In Helsinki And I saw my mother In the living room With my niece And I saw Meine Mutter Im Wohnzimmer Mit meiner Nichte And they were talking But I couldn't hear the words But I knew It was not important Und sie sprachen Über irgendwas Ich konnte Die Worte nicht verstehen Aber ich wusste Es war nicht wichtig So then I thought What is happening Where is my sister Because my mother Is babysitting My niece Dann habe ich Mich gefragt Ja was ist denn Mit meiner Schwester Denn meine Mutter Hat meine Nichte Baby gesittet And immediately My consciousness Was transferred To a cocktail party Is transmitiert worden Zu einer cocktail party And there I saw My sister flirting With a family friend Und dort sah ich Meine Schwester Mit einem Freund Der Familie flirten And I looked around I couldn't see her husband Und ich schaute mich um Und konnte ihren Mann Nicht sehen And I wanted to go back home 800 Kilometer To Rovaniemi Und ich wollte Und ich wollte Ich wollte wieder zurück 800 Kilometer nach Norden Wo ich wohnte Und ich bin zurück Innerhalb einer Sekunde Und da Und da Brütete ich sozusagen Oder schwebte wieder Über meinem physischen Leib Und Als ich diesen Astral Trip Machte War ich wie Eine Lichtkugel Und Als ich Über diesem Leib Schwebte Fühlte ich mich Wie krank Und Ich hatte Angst Dass ich Mich erbrechen Muss Und das wollte ich Nicht über Meinen physischen Leib tun Aus Angst Dass er dann Ersticken würde Und dann Konzentrierte ich mich Darauf Dass ich Wieder zurück Möchte In meinen Physischen Leib Und Zip War ich Wieder Drin Und Fühlte Noch Dass er Steif War Am nächsten Morgen Hab ich Meine Eltern Angerufen Und mein Vater Bad Ihn Ans Telefon Und ich fragte ihn Was hat meine Mutter Acht Uhr abends Gestern getan Und er hat mir gesagt Ich kann es dir nicht sagen Es soll nämlich ein Weihnachtsgeschenk Für dich sein Und ich habe ihm dann gesagt Weil ich meine Mutter Ein langes Kleid Mit Blumen Darauf habe Nähen sehen So Everything That I had seen I could verify So Alles was ich gesehen habe Konnte ich nachweisen Dass es so war Mein Vater sagte mir Als ich ihm das alles unterbreitete Sofort Bitte erzähl es niemandem weiter Sie denken Du bist verrückt Und ich möchte Zur finnischen Presse Ja noch gehen Dann rief ich meine Schwester An Was hast du denn Gestern Abend Getan She said I can't remember Sie sagte Ja ich kann mich Nicht daran erinnern Wo war denn dein Mann Er war in Mittelfinnland Auf einer Geschäftsreise Dann sagte ich Du warst doch gestern Auf einer Cocktailparty Mit Herr so und so Don't interfere in my affairs She said to me Darauf antwortete sie Bitte misch dich nicht ein In meine Angelegenheiten So Again Not Legal Proof But Proof for me Also wiederum Es ist kein Legaler Beweis Dass es die Dinge gibt Aber für mich ist es genug Das zeigt Das zeigt Dass der Mensch ein Bewusstsein ist Nicht nur ein Leib Es ist wie mit Auto und Autofahrer Wir konzentrieren uns immer auf das Vehikel Auf das Fahrzeug Nun wenn dieses Auto einen Unfall hat Dann geht der Fahrer raus Und kauft sich später ein neues Auto Ein neues Modell Mit einer neuen Farbe Und das ist genau das was passiert Auch mit den Menschen Wenn wir sozusagen sterben Wir haben schon 30 Jahre zurück Berichte bekommen So called what Near death experiences Die sogenannten Nahtoderfahrungen When you are in a car crash Or you are in an operation And your heart stops Also wenn du zum Beispiel In einen Autounfall verwickelt warst Oder bist in einer Operation So Your astral body Your energy body Gets out Dein astral Leib Oder dein Leib Der aus Energie besteht Geht aus dir heraus Und Since it's called Near death experience You didn't die But almost died Das sind diese Nahtoderfahrungen Du bist nicht gestorben Aber fast Everybody who has it In whatever culture In jedweder Natur Egal wo Kultur Egal wo They feel they go through A dark tunnel Towards the light Haben sie das Empfinden Dass sie durch einen dunklen Tunnel Geführt werden Oder gehen And according to their religion And according to their religion They meet Someone Treffen sie dort jemanden In Europe mostly We are Lutheran or Catholics Christians In Europa sind wir meistens Christlich geprägt Also Lutheraner oder Katholik Also wirst du jemandem begegnen Der wie Jesus aussieht If you're a Muslim If you're a Muslim You see Mohammed A Buddhist You see Buddha And if you don't have any religion And if you don't have any religion You just see the light Siehst du einfach Licht And that light Tells you And think now What would you answer Because you are going to be asked This question Someday Und denke nun darüber nach Was du antworten wirst Denn eines Tages Wird dir diese Frage gestellt werden What have you done With your life Was hast du mit deinem Leben gemacht And from the second You were born Into this body And from the second You were born Into this body Do that When you leave the body Everything Glows like Like a film You see everything And there You judge yourself Nobody else Und dort richtest du dich selbst Nicht sonst jemand And the judging Und das Richten Is How much have you loved Unconsciously Number one How much have you loved Deine Antwort wird sein Oder die Frage wird sein Wie viel hast du geliebt How much have you helped others Wie viel hast du anderen geholfen How much have you forgiven Wie viel hast du vergeben Etc Und so weiter They are very different Categories Than what we normally think about Es sind sehr verschiedene Kategorien Über die wir hier nachdenken können It means nothing What your title is Or who you are Or What you have done Except mentally In a positive way To other people Es ist nichts Was du warst Oder dies Sondern was du wirklich getan hast Anderen Menschen Geistig gesehen Mentally And then You see The deceased Relatives And friends Who all say to you Und dann siehst du Die Verwandten Und die Freunde Die alle zu dir sagen Your time is not out You have to go back Deine Zeit ist noch nicht abgelaufen Du musst noch mal zurück And nobody Nobody wants to go back To this earth Niemand möchte zurück Auf diese Erde But they have to Because they haven't Completed their mission On this earth Aber sie müssen Sie müssen Denn sie haben ihren Auftrag Den sie hier Für diese Erde hatten Noch nicht erfüllt Somebody may ask What is my mission How do I know it Einige mögen nun fragen Ja was ist denn mein Auftrag Wie kann ich dazu kommen Ihn zu kennen It's whatever you are doing Trying to help other people Das geht immer auf das hinaus Was tust du Um anderen Menschen zu helfen One of the greatest I would say Missions Is to be a housewife With children Eine der größten Aufträge Die wir haben können Ist eine normale Hausfrau zu sein Und Kinder groß zu ziehen Und why is that Why is that Warum ist das so Because a housewife A mother Only gives love Weil eine Hausfrau Und Mutter Immer nur Liebe gibt Und that is the greatest mission Of the whole planet here It is a lot of love Und das ist die größte Mission Die wir haben können Auf diesem Planeten Erde Hier Liebe zu geben Und it's very strange That people think always When accidents happen Und es ist sehr seltsam Dass wenn die Menschen Denken Bei einem Unfall Wenn einer Unfall passiert That if you had not Taken that plane Which crashed You wouldn't have died Dass wenn du Dieses Flugzeug Nicht bestiegen Hättest Das nun abgestürzt ist Wärest du auch Nicht gestorben We don't think That before we are born Into this body of ours Wir denken nicht daran Dass bevor wir Überhaupt in unseren Leib Hineingeboren wurden Alle deine großen Geschehnisse Im Leben hier auf Erden Hast du akzeptiert For your lessons and learnings For your mind For your consciousness Ja und zwar für deine Lektionen Die du zu lernen hattest In deinem Verstand In deinem Sein Denn Bewusstsein Ist eine ewige Sache Und deshalb Können wir auch niemals sterben Und deshalb können wir Von der anderen Seite Aber auch beeinflusst werden Von Bewusstseinssteuerungen Also um uns selbst zu schützen Von äußerlich hineingesteuerten Negativen Einflüssen Nummer eins Du musst ein Bewusstsein davon haben Dass es diese Dinge überhaupt gibt Denn das Bewusstsein Die Energie der Menschen Ist die größte Kraft in der Welt Wenn du dich erinnerst An die Situation in Jugoslawien Als die NATO Serbien bombardierte Es ist nichts passiert Bis dann tausende von Menschen Auf die Straße gingen Und deren gebündelte Energie Hat dann was bewirkt Wenn du an die Zeit hier denkst Die wir haben Einige Leute sterben Als junge Leute Und gehen aus ihrem Leib Und einige andere Es hängt von den Lektionen Und dem Lernen ab Das dir noch bevorsteht Was du absolvieren musst Ich gebe euch ein Beispiel Ich war schon oft in tödlichen Situationen Ich war schon oft in tödlichen Situationen Also voll aufgedreht Und bin dann Ich dachte Auf der Straße Und ich bin aber Hochgeschossen Und ich bin rückwärts wieder runtergefallen Also die Maschine ist so hoch Und ich dachte Jetzt ist es geschehen Aber etwas sehr seltsames passierte Mitten in der Luft hat das Ding Halt gemacht Es ist nach physischen Gesetzen völlig unmöglich Und hat einen Knick vom rechten Winkel gemacht Und bin wieder auf die Erde gekommen Also irgendeine Art von Energie Einer positiven Energie Ist hier eingeschritten Das selbe ist in Lapland Als ich ein Krankenhaus besuchte Ich musste hunderte von Kilometern durch Lapland fahren Und ein Elch kam aus dem Wald Und sprang auf mein Auto Und er war ungefähr ein Meter entfernt von mir Und ich dachte Ja, jetzt ist es passiert Jetzt kommt es dann Und dieses Vieh wiegt ungefähr 600 Kilo Und da kam An invisible energy Between the Elch and my car That threw it back to the woods Three, four years Now how do you explain that? Okay, also es kam Eine plötzliche unsichtbare Kraft Zwischen mich und den Elch Und den Elch hat es zurückgeschleudert in den Wald Und ist aufgekommen Und ist aufgekommen Auf seine vier Füße Und hat sich noch ein bisschen geschüttelt Und hat sich dann getrollt So das zeigt Du kannst nicht sterben Ehe nicht deine Mission Die du hier zu erfüllen hast Erfüllt ist Es gibt jemanden, der dich schützt Es gibt jemanden, der dich schützt Und diesen Weg Und diesen Weg Erinnere dich Erinnere dich Diesen Weg Du musst dich daran erinnern Den hast du selbst akzeptiert So wenn etwas Negatives passiert Ist doch die erste Frage die Was lerne ich daraus? Oder was soll ich daraus lernen? Ich sage dir noch eine Sache Der Gehorsam Obedience Obedience You obey Ja, also Gehorsam dem Universum Gegenüber Ist eine ganz wichtige Sache Ich ging nach New York To listen to David Bohm At American Society for Psychical Research 100-Year-Festival Also ich bin nach New York gegangen Um einem amerikanischen Wissenschaftler Zuzuhören Zu lauschen Und I have studied writing Automatic writing Ich habe alle seine medizinischen Schriften Studiert But automatic writing Is not medicinist Because Automatic writing is You go into trance And something An energy takes over Your hand And you write Das ist also Ein automatisches Schreiben Jemand übernimmt dich Und du schreibst So wie Der dich übernommen hat Es macht My Deceased grandmother Claims to be The person who influences me In writing Also My dad Aha Also The energy Of my dad Aha Die Energie Meiner verstorbenen Großmutter Die beanspruche ich Dafür Zuständig zu sein Dass sie mich übernommen hat Und And my writing Said You're not going to go to New York Und so wie ich das Niedergeschrieben habe Lese ich dann Nein du gehst nicht nach New York I thought why not I pay the ticket Und ich sagte ja warum nicht Ich hab doch schon das Ticket bezahlt And the writing said You're trying to change your destiny And right now it's not possible Und dann schrieb ich weiter Jetzt versuchst du deinen Zielort zu ändern Aber ich sagte es ist nicht möglich Am 9. März 1995 Bin ich aus dem Auto gesprungen To what? To go skiing Ah um Ski zu fahren A few days before I should go to New York Und zwar ein paar Tage Bevor ich nach New York gehen sollte And a bus was driving behind me New snow I started sliding Also ein Bus war hinter mir Und es war Schnee Und ich fing an zu schlittern And the last thing I thought was I hope it doesn't crush me Und das letzte was ich dachte Ich hoffe nur dass er mich Nicht Zu Also Zu matsch macht That's exactly what happened Also das ist jetzt genau das was passierte Der Bus der entschlitternd kam Der Fahrer hatte 40 Kinder hinter sich Oder im Bus Und die einzige Entscheidung war Für ihn entweder mich überrollen Oder zur Seite Und dann irgendwie abkippen Als ich aufwachte Ich war also bewusstlos geworden Dann habe ich herausgefunden About half an hour Ungefähr eine halbe Stunde I see a little entity Like this Sag ich ein kleines Wesen Wie so groß ungefähr Giving Prana Treatment to me To my body Like this And I couldn't understand What he was doing And who it was Und hat mir eine Behandlung Verabreicht What kind of treatment I was bleeding inside Ah ich war innerlich verblutet Und er hat über mir Irgendeine Behandlung gemacht Und I had never seen her Being like that It looked like an ET Extraterrestrial Ich habe so ein Noch nie gesehen Es sah aus wie ein ET Also exterritorial Und when the ambulance came And everybody I said Take this one too To the ambulance And they looked at me And they said She is hallucinating She hit her head Also als die Ambulanz dann angefahren kam Hab ich ihnen gesagt Bitte nehmt diesen da mit Ins Krankenhaus Und sie haben mich Angeschaut Wie wenig Halluzinationen hätte I was so badly hurt That I was on sick leave For two years Ich war so schwer verletzt Dass ich für zwei Jahre Krank war And I did not fly to New York Und ich bin nicht nach New York Geflogen So One can ask Why did this happen Man kann nun fragen Warum passierte das I asked in automatic writing After a month And I got the writing Ich habe wieder Dieses automatische Schreiben Wenn das mir eigen war Befragt And the text I got You still have not learned The lesson of obedience You would have died If we had not interfered And given you a new chance To do your life's work Und die Antwort war Wenn jemand stirbt An Krebs Whatever Disease Dann kannst du sicher sein Dass selbst wenn diese Krankheit Hervorgerufen wurde Durch jemand anderen Es ist innerhalb deiner Bestimmung Um es jetzt abzuschließen Es gibt noch viele Geschichten mehr Und ich weiß Dass viele unter euch Ähnliche Dinge schon erlebt haben Denn nach der Gallup-Umfrage Sind 67% der Bevölkerung In den verschiedenen Ländern Solche, die diese Erfahrung haben Um Telepathie Oder Déjà-vu-Erlebnisse Und so weiter Und wenn wir jetzt über die nachdenken Die in einer negativen Weise Versuchen uns zu zerstören Denn diese Elite Oder deren Elite Hat Pläne Zwei Drittel der ganzen Menschheit Auszumerzen Mit elektronischen Kriegsführung Mit psychischer Kriegsführung Und chemischer Kriegsführung Und der einzige Weg Wie wir diese Kriegsführung Und der einzige Weg Wie wir diese Leute stoppen können Wenn wir uns dran machen Denn niemand von uns möchte Dass unsere Kinder Biologische Roboter Für diese Leute werden Der einzige Weg ist Dass wir ihnen Liebe und Licht senden Das mag wirklich manchmal sehr schwierig sein Wenn sie uns schikanieren Ich möchte aber in jeden von euch hier dringen Dass ihr wenigstens eine Minute pro Tag Dies tut Ihnen Licht und Liebe zu senden Und Mentally Mentally Yes of course Mit deinen Gedanken Aber wenn du es sagst Es ist stärker Natürlich Weil die Vibrations Deine Sprache In addition Aber du musst nicht sprechen Mit deinen Gedanken Wenn du es aussprichst Ist es natürlich stärker Weil da sind Schwingungen Gehen damit raus Und es sind nur noch zwei Dinge Die ich möchte Dass ihr im Gedächtnis behaltet Und zwar für immer Es gibt keinen Tod Und wir sind nicht allein In diesem Universum Liebe und Licht sind die Antwort Ich fasse nochmal zusammen Was ich vom Thema selber herausgehört habe Das sind also Apparate Habe ich verstanden Und Methoden zur Überwachung Und Veränderung Von Gehirnwellen Aus der Entfernung Habe ich verstanden Methoden mit denen Mentale Emotionale Und physische Bewusstseinszustände In menschliche Wesen Induziert werden Habe ich das richtig verstanden Methoden und Apparate Zur Herbeiführung Erwünschter Bewusstseinszustände Unglaublich Was wir hier zu hören bekommen Nicht? Wollen wir das? Wollen wir nicht? Ich danke Dass Sie uns darüber aufgeklärt haben Es ist wie Science Fiction Es ist wirklich so Mich hat einer dieser Sätze Besonders beeindruckt Wo sie sagt Alles was wir zu hören bekommen Das Fußvolk Ist schon 50 Jahre alt Ich kann das Immer besser nachvollziehen Ich möchte zu den übrigen Inhalten Auch für unsere Gäste Die hier sind Die vielleicht etwas ganz anderes Erwartet haben Auf diese Symbole hier Zu meiner Rechten Zu meiner Linken Hinweisen Wir haben ein gutes Stück Philosophie Ich weiß nicht Vielleicht sogar Religion Jetzt gehört Das war nicht auf dem Konzept Das ich gekannt habe Aber so ist es eben nun mal Stimmen und Gegenstimmen Sie hat uns Dinge gesagt Wir sind davon ausgegangen Der schwarze Fleck dort Repräsentiert jetzt In diesem Fall In diesem Thema Ein Fleck ist das Thema Mind Control Das andere ist das Thema Der anderen Referenten Wir wollen einen schwarzen Fleck Hell machen Wir laden eine Referentin ein Und jetzt beginnt sie zu sprechen Und die Wirkung kann ganz verschieden sein Je nachdem woher du kommst Vielleicht bist du heute Aus einem richtig typisch Christlichen Lager gekommen Dann hast du vielleicht Irgendein Bild Fast auf den Kopf gestellt Vielleicht wie das da hinten Das symbolisiert jetzt Der helle Fleck Vielleicht ist das Thema Mind Control Völlig abgedeckt für dich Und das andere Weltbild Steht jetzt auf dem Kopf Jetzt spricht plötzlich Jemand von Reinkarnation Gibt es rundherum Einen anderen schwarzen Balken Das kann passieren Bei der AZK Dass du das eine Erklärt bekommst Dafür hast du ein neues Problem Was mache ich jetzt Mit dem schwarzen Viereck Ja Andere kommen schon Aus der Richtung Die haben vielleicht Einen guten Teil Davon schon Gedeckt Oder dann sieht es so aus Das sind Symbole Die immer wieder daran erinnern Wir sind nicht hier Um zu sagen Alles was ihr hier hört Müsst ihr einfach schlucken Das ist das Die Wahrheit Wir sind gekommen Um zu sagen Stimmen Und gegenstimmen Und wir wollen An die Mündigkeit Gemacht werden wollen Heisst es Waffen der Aufklärung Waffen des Ja Es muss bloßgelegt werden Was da ist Die Menschen müssen Beim Namen genannt werden Das hat Frau Doktor Hervorragend gemacht Sie hat genau gesagt Da 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 Und da So heissen diese Menschen Und dann können wir Allmählich Wenn wir ein Netzwerk bilden Wenn das Volk Der wahre Souverän Der Demokratie Wieder zusammen Wirklich Ein Netzbild Ein verbindliches Ein wirklich verbindliches Werden wir das überwinden Und dann können wir